Bei Prinzess Charming geht es schon heiß her. Derzeit läuft die dritte Staffel der lesbischen Kuppelshow. Dort sucht in diesem Jahr Madeline Matthias, 22, nach der großen Liebe und lernte bereits zahlreiche Kandidat-Sternchen-Innen kennen. Mit einigen tauschte die Studentin schon intensive Blicke aus und auch geflirtet wurde schon. Jetzt geht sie einen Schritt weiter. Madeline verteilt ihren ersten Kuss der Staffel. Mit Desi knisterte es schon in der vergangenen Folge heftig, auch bei einem erneuten Gespräch unter vier Augen flirten sie heftig. Ich bin mir sicher mit den Dingen, die ich gesagt habe, also sowohl verbal als auch nonverbal, habe ich ziemlich klar gemacht. Küss mich, betont Madeline danach, doch auf einen Kuss muss sie sich noch gedulden. Erst später huschen Desi und Madeline ins Badezimmer, und küssen sich schließlich. Der Kuss war sehr, der hat sich leidenschaftlich angefühlt und der hat Lust auf mehr gemacht, schwärmt Desi danach. Die Prinzess fand den Kuss allerdings etwas zu stürmisch. Neben Desi buhlen aber noch viele andere Kandidat-Sternchen innen um das Herz von Madeline. In dieser Folge hat sich die Zahl nochmal vergrößert. Steffi, 28, und Melli sind als Nachrückerinnen zur Gruppe dazu gestoßen.